Ja, liebe Autofreunde, Bauerhaus ist gespitzt, hat's heiss. Samstagabend. Warum hat er heiss? Nicht vom Arbeiten, nein. Er sitzt neben dem Smoker und er ist da im Vollbetrieb. Ich kann euch mal was zeigen, was da im Smoker ist. Moment, ich muss da einen Handschuh anziehen, sonst ist das zu heiss. Hier Sperr-Rips. Sperr-Rips im Bier gemacht. Und hier Speck und Sugeti. Speck und Sugeti. Jawohl, und heiss ist's. Und dort, unter diesem Kastanienbaum, werden wir Nacht essen. Das ist doch schön, oder?